Bugün Almanya'da hava çok güzel. Heute ist das Wetter sehr schön in Deutschland. Yaz geldi. Der Sommer ist da. Der Sommer ist da. Kuşlar cüvuldüyor. Die Vogel zwitschen. Die Vögel zwitschen. Insanar biciclete binios. Die Leute fahren Fahrrad. Die Leute fahren Fahrrad. Der Bus ist rechtzeitig angekommen. Der Bus ist rechtzeitig angekommen. Bugün şehirde pazar kuruluyor. In der Stadt ist heute Markt. In der Stadt ist heute Markt. Insanar olışveriş yapır. Die Menschen kaufen ein. Die Menschen kaufen ein. Es ist zwölf Uhr fünfunddreißig. Es ist zwölf Uhr fünfunddreißig. Der Marktplatz ist nicht sehr voll. Der Marktplatz ist nicht sehr voll. Die Vögel zwitschen. Die Vögel zwitschen. Die Vögel zwitschen. Das Obst ist heute etwas teuer. 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 Der Mann kauft seiner Frau Blumen. Der Mann kauft seiner Frau Blumen. Die alte Frau unterhält sich mit der Blumenverkäuferin. Die alte Frau unterhält sich mit der Blumenverkäuferin. Der Mann kauft seiner Frau Blumen. Heute ist das Museum für die Besucher geschlossen. Heute ist das Museum für die Besucher geschlossen. Wir haben auf dem Markt ein Kleid und eine Tasche gekauft. Die Frau trägt ihre Einkaufstasche. Der Musiker spielte Gitarre und sang dazu ein schönes Lied. Der Musiker spielte Gitarre und sang dazu ein schönes Lied. Der Musiker spielte Gitarre und sang dazu ein schönes Lied. Auf Wiedersehen!